und und dies gar hat wirklich eindeutig eine viel bessere Durchschlagskraft als die Fy und vielleicht auch als Maschinenpistode ich weiß es nicht und für dies gar findet man so selten Munition das ist leider so Vollidiot jetzt läuft lieber nicht mehr kann einfach mal die aktiviert doch doch sie wechseln hö ist nix hö auch schrot würde ich gerne mal haben nicht Fy schrot würde ich gerne mal haben nicht Fy schrot so letzte Runde mit der Ska kann man mal machen das eigentlich ja man kann gut ähm da vorne ist das Flugabwehrteil und davor sollte ich mir vielleicht wirklich so leid es mir tut die Fy holen alter Schwederts das zerfetzt und das erst das haben so es gar gegen Fy und die ist voll und da noch schnell und den ganzen Schmarrn dann noch ein quick save und dann geht's weiter so Flugabwehrturms dahinten natürlich lebt der Kerl noch? nö aber da leben noch welche und da auch deswegen noch ein Sturmvisier als erstes den am Geschütz und danach das Kleinvieh Nein wirklich hätte ich nie gedacht ich dachte ich bin jetzt zum Einkaufen tut mir leid verfehlt den nicht den habe ich getroffen na? da ist noch wer gewesen gerade eben naja und jetzt neutralisieren sie feindliche Flugabwehr ja äh toll und wie genau granaten granaten ne also tut mir leid ich habe keinen Plan zu fahren außerdem spinnt hier die Minimap gerade zeigt mir direkt hier vor meinen Füßen den Gegner an ja vielleicht solche unten ähm naja vielleicht mit C ja ich wollte gerade sagen mit C4 oder sowas das so und dafür so viel Zeit muss sein einmal schnell hier hoch und der wird sich aus der wird sich aus und da war gerade leider ein Framerate ein Oh 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 fuck Kein Raketenwerb Sprengladung Munition Fy Voll Splittergranaten Fy Erstmal durchladen Fy Ein Raketen Ach da Okay Okay Fuck Bah Ja Scheiße Sprengladung 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 Schrot 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 Okay. Was? Wo? Scheißkerl. So. Jetzt aber schnell speichern. Ah, ne, hörte. Leben. Jetzt schnell speichern. Ähm. Wir müssen da in Alter. Ach, ein Boot. Oh, nö. Ach, kommt, können wir auch zwei Boote, das wird schwer. Energie kritisch. Maximale Panzerung. Aufladen, aufladen, aufladen. Schaff ich's? Nein, ich schaff's nicht mehr. Maximale Panzerung. Professionell anlegen. Und wie auf Hawaii kriegt man hier keine Blumenketten um den Hals, eher Bleiketten in den Hals. Aber, der Gedanke zählt, ja. Naja, obwohl. Ob das jetzt dann so gut wäre. Was haben wir hier noch in der Mitte? Pistole. Pistolen sollte ich auch mal wieder verwenden, vielleicht. Aber nicht unbedingt jetzt auf diese Reichweite. Ich würde gerade sagen, ich komme mir das Treffen von den Gegner jetzt gerade eben viel leichter vor. Aber da habe ich mich getäuscht. Und da werde ich aus wegen einem Windows Update aus dem Spiel gehauen. Beziehungsweise nein, ein Apple Update. Und es macht mir das Spiel wieder klein. Die Aufnahme hat's überstanden, soweit ich das sehe. Wenn es die Aufnahme nicht überstanden hat, geht's hier weiter. Hallo, willkommen zurück. Das Spiel ist abgeschmiert. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine neue Aufnahme ist oder nicht. Wenn es keine ist, klingt es extrem scheiße. wenn schon, hoffe ich, es hat seinen Zweck erfüllt. Und es kommt mir gerade so vor, als hätte ich hier irgendwie Dreck an der Linse. Also irgendwie hier. Ach, das liegt ja am Stein irgendwie. Irgendwas ist da mit der Grafik nicht ganz. Und ich soll vielleicht auch mal den Schaltermpf abmachen, weil man hat mir gesagt, es gibt dadurch wirklich weniger Durchschlagskraft. äh, mehr. Also ohne Schaltermpf gibt es mehr Durchschlagskraft. Fast mir jedoch im Moment gerade nicht so erscheint. und es scheint im Moment sogar lohnen, als ob es weniger Durchschlagskraft haben, hätte, tun, täte. So. Platzieren. Auf Abstand. Aufabstand. ...fässer oder davor schon notgesprengt und waaaaaabs. Spiegel... ...schalt es aus, damit wir Luftunterstützung anfordern können. Was... noch eins jetzt plötzlich. Ähm... Ey, komm, nö. Höhe. So. Jetzt aber. Wo steht denn jetzt noch? Wollt ihr mich alle verarschen? Jetzt reicht's langsam. So. Jetzt. Ähm, wo steht das? Aha. Was? Zwei. Ah, ne, das ist nur ein Bug gerade. Weil das bewegt sich ja durchgehend mit der Karte. Ah, okay, jetzt ist es weg. Gut. Hier am Hafen ist noch eins. Bedeutet. Wir schwingen unsere Hintern gemütlich so rum irgendwie. Über die Insel. Soweit das gemütlich von statten gehen kann. Und versuch uns einfach mal. Wie wollte ich jetzt nochmal? Genau. Andersrum. Maximal. Pazau. Untertitelung des ZDF, 2020